moin moin und herzlich willkommen zum neuen let's play und zwar diesmal weird kong ein zugegebenermaßen ziemlich altes spiel aber trotzdem einfach total geniales spiel ja und wir fangen einfach mal mit der neuen kampagne auf normal denn ich habe das vorhin schon mal kurz angezockt um einfach mal zu schauen wie es denn so ist so ist schon ewig nicht mehr gezockt habe seit 2000 keine ahnung drei oder vier als es rauskam und ich habe mich kurz da auf schwer versucht es nee ich hatte einfach keine chance es war nix zu machen der vietkong war zu stark ich weiß nicht wer das spiel schon kennt er hat gerade weiß ein bisschen älter ist es war von der grafik nicht bei der absolute opa aber ich finde einfach von der atmosphäre her und von den von den ja überraschungsmomenten aus welcher ecke denn es der vietkong gekrochen kommt es ist einfach wirklich unschlagbar jetzt müssen wir es noch mal ein bisschen hinladen hier noch ein paar strichen natürlich schade dass wir kein hintergrundbild haben sondern einfach nur schwarz aber egal ich werde es überleben und ihr vermutlich auch so willkommen in vietnam mein Name ist steve r hawkens intelligence sergeant when i first arrived in vietnam i got stuck in the rear for three boring weeks serving as an instructor for the vietnamese special forces and not train not bad duty really but incredibly boring now with that behind me on my way to noi peck a hot camp up with the central highlands and a chance to see some action finally oh ja das gibt viel action die mucke so you said your name is hornster that's it cj hornster weapon specialist is this your first visit to norpeck yeah i'm here to replace the teams intelligence sergeant kia yeah douglas poor bastard you ran out of look i heard he got zapped on night patrol right i was out with him on a night ambush we're going after some bc tax collectors group of local vc or stealing rice from the local veil villager sent us a message so we humped over there one night and ambush those gooks just before they got into the village me douglas and a few of the yards they were so surprised they didn't have time to wet their pants after we blew the claymores they were all lying there totally wasted but then we went to check the bodies another bunch came up on us we had a dust up there for a minute then they dd'd but douglas was unlucky hey shit happens at least it was quick an ak round caught him in the head he was out of it before he even hit the deck man poor bastard yo know it back camp is right ahead of us guys get your stuff together we don't want to stay any longer than we have to so here it is my new home my new year man tell those are ms at hq to come out here and start earning their pay will go don't work too hard gi and keep your ass down ja so sieht also unser lager aus ja ich habe absolut null plan hey hey man good old cj is back good to see you who's the fng this is hawkins our new intelligence sergeant he's bcs to the camp now yo i'm de fort the radio operator the captain wants to talk to you he should be in the toc bunker it's the one with the american flag flying okay and it speisert so see how is saigon up to your usual tricks well you wouldn't believe what happened to me this time i know that anything's possible where you're involved cj come on that what happened i was in that bar we trashed when we brawled with those marines last time around i remember only too well and then what happened i met her again no way come on then spill the beans you didn't did you well she dumped the major she'd been dating said she wanted a real man and that real man was you so you showed her some special moves right yes sirree she was howling like a wolf i ruined her she'll never be satisfied by a man again ad i could teach you a thing or two about wooing the ladies you could try but you better see doc first because you probably brought something back forget women though man we got to get out of this shithole first unless you want to teach me how to romance the water buffalo so what's happened with our mountain yard friends they're getting much better they've been working out steady on the range all this week and they're doing okay i'll have to go check them out yo hawkins looks like you found yourself a home here already why don't you grab a weapon and follow me for some target practice okay all's clear they had a nice spannendes wochenende service ausschaut ich sollte zum führerbunker gehen ja zum headquarter mit der army flag also quasi hier this building in front of me must be the toc bunker there's the flag the captain should be inside na dann gehen wir doch mal rein schauen sergeant first class hawkins reporting for duty captain rosenfield sir welcome to the camp hawkins we're a couple of men short right now and glad to have you first off since we're way out in the boonies here hawkins we can cut the parade field crap effective right now don't salute around here or you set me up and whatever you do don't read a map while you're standing or you set yourself up the vc snipers in this a.o. are about the best i've ever seen roger that captain rosenfield sir cut out the formal shit we're a different bunch here okay sir this is our toc bunker the place where team meetings and briefings take place now follow me i'll show you your bunker okay die sind ziemlich chillig drauf und wir gehen jetzt erst mal zu unserem bunker was ah ja hat er was von snipern erzählt hm nun gut die figuren sehen bisschen naja nach 2003 aus ha wo ist mein bunker keep away ah schießtraining mit hornster put the butt firmly into your shoulder this is your bunker okay it's no hilt but it's all you're gonna get right make yourself comfortable position put your baggage down and go grab a weapon for the shooting race or go hornster's over there they'll let you try it out will come sir why don't you take a look around the camp nun i'll give you a guided tour of the local area okay thanks captain okay na dann phew i'll sort my shit out later was habe ich denn in meinem bunker eine knoche okay now time to get a proper weapon and do some shooting practice on the range geht klar da haben wir noch mal vietnam wo wir uns das gerade befinden kein plan ist mir auch egal so viel ist jetzt hier drin ich los in dem kleinen verschlag geht zu und dann gehe ich doch mal zum holster we got ourselves a bit of an improvised range here this is where we train the cidg troops they're mostly local mountain yards here mountain people basically we train them to use weapons so they can give charlie a hard time we give most of them carbines since they're small people once they get some weapons training they're pretty good they're keen to learn friendly and most of all tough fighters while most of us hug the ground with our buttons getting in the way these Diensteen an der tipptos der in der fahrt beid so they can find their targets you got a love them umbo-lieber blieb-lief soldiers nun denn schnapp ich mir mal eine thompson das war hinlegen würde ich nicht dass es tun will ich auch nicht ja ich möchte stehen nach schieken texten er beim bm geht schärf nächste knarre jetzt schärf der zurempf und prüven der erpaulie titschie oder das gibt es auch gar nicht Halt doch die Klaube, Kollege Nein, die nicht Die da Eine Pumpgun Okay, gut Ja, wie man schießen kann, weiß ich jetzt Erst mal noch ein bisschen Munition einstecken Dann nehme ich mir mal die Thompson mit Jo Folgen Sie dem T-Send gehen und Waffe besorgen Waffe habe ich Alles klar Ein Arzt Ein Arzt ist auch sehr gut Okay, Captain Rosenfield Okay, let's go Before I knew it, I was on my first mission Ja, die Bewaldung ist ein bisschen dünn für den Dschungel Aber das war das Schlimm Die haben wir vermutlich mit Narpalm angegriffen Medic Petrol Okay, da ist die Pick Und wir fahren da runter nach Ja, Charae Village Alles klar Na dann mal schauen, was uns da an der ersten Mission da war Ich habe wirklich keinen Plan mehr Denn wie gesagt, das ist Ohne Mist, sechs Jahre her Dass ich dieses Spiel in der Hand hatte Und so, dann kann ich müssen doch nicht merken, was da alles genau passiert Bis jetzt war es erstmal nur so ein bisschen Einführung Aber jetzt sind wir Im Spiel Das ist gemein Also den Vietnam-Gefühl der Amerikaner Dieses Trauma ist richtig gut drin Immer schön trockene Kommentare Sehr gut Geht los Oh, und da spaltet es erstmal wieder Oh, oh, oh Geht los Bill Ja, Sir Follow me Es ist nur ein Schatz Nothing serious Looks like Charlie's giving you the traditional welcome You ought to go say hello back He must be hiding somewhere in that grove Check for muzzle flashes Or smoke Alpha Hotel, this is your Six We have a VC sniper here Near the village Do you copy? Over Alles klar Six, this is Alpha Hotel Do you want any backup? Over Hotel, this is Six Negative Da hat er mich wo getroffen, aber gesehen habe ich nichts. Ja, es ist speichert. Okay.